Leute, kaum zu glauben, aber es gibt endlich mal wieder gute Neuigkeiten in Sachen Apex Legends mit einer Entschuldigung von Respawn und dem Desaster rund um den neuen Battle Pass in Season 22. Es wird eine Änderung geben, die es rückgängig macht, dass wir den Premium Battle Pass nicht mehr mit Echtgeld bezahlen müssen. So sollte die Änderung ursprünglich sein. Das wird zurückgenommen. Es gibt aber dennoch zwei Bezahlversionen, die wir nur mit Echtgeld bezahlen können. Das ist aber tatsächlich ein Kompromiss, mit dem ich leben kann und ich denke, jeder andere von euch wird damit auch leben können. Die fette Bezahlversion, die wir pro Split dann bezahlen, da bekommst du aber dann wirklich nochmal ein Stück weit oben drauf. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es definitiv trotzdem da draußen noch viele gibt, die sich für 20 Euro oder 20 Dollar pro Split, also zweimal den Battle Pass kaufen, quasi für 40 Euro pro Season, um da ein bisschen was abzusahnen. Da ich keinen anderen Post gesehen habe, der das dementiert, gehe ich davon aus, dass inhaltlich auch die reaktiven Skins ab Level 60 jeweils pro Battle Pass wir dann wieder einen Waffenskin bekommen, der reaktiv ist. Denn es gibt was in der ultimativen Mega Plus, hast du nicht gesehen, Edition, wo du nochmal legendäre Sachen abgreifen kannst. Und da habe ich ursprünglich so ein bisschen interpretiert für mich. Seht gleich selber, ich zeige es euch nicht, dass das die reaktiven Sachen sind. Aber es hat keiner weiter der ganz Großen darauf so reagiert oder das so interpretiert wie ich. Also gehe ich davon aus, dass der Premium Battle Pass natürlich in der finalen Stufe ganz am Ende einen reaktiven Skin bekommt. Und wir haben einen kleinen Ausblick, was Richtung Cheater noch passieren soll, Quality of Life Changes und so weiter. Ich lese einmal vor, was Respawn schreibt an unserer Apex Community. Wir haben euer Feedback klar und deutlich gehört. Mit dem Start von Season 22 wird es möglich sein, den Premium Battle Pass für 950 Apex Coins zu erwerben. Eigentlich müsste man hier schreiben, dass es gleich geblieben ist, dass wir die Änderungen nicht durchziehen. Wir haben verstanden, dass wir die Änderungen am Battle Pass besser hätten anhand haben können. Wir haben einen Fehler gemacht. Unser Ziel ist es, die Wertigkeit und das Erlebnis unseres Battle Passes stetig zu verbessern. Eine Zusammenfassung aller Battle Pass Updates, die am 17. September mit dem Start von Split 2 der Season 22 in Kraft treten, entnehmt ihr der Infografie. Da gehe ich gleich drauf ein, da seht ihr nochmal ganz klar, was gibt es pro Split freizuschalten. Das ist dennoch eine ganze Menge. Es gibt aber eine richtig coole Änderung für den Start von Season 22, wo wir nämlich den Battle Pass fast geschenkt bekommen, würde ich sagen. Man muss ein bisschen was dafür tun, was eine richtig coole Sache ist. Weiter im Text. Mit dem Start von Season 22 am 6. August bis zum Ende von Split 1 möchten wir euch die Möglichkeit geben, den Premium Battle Pass auszuprobieren. Ihr könnt diesen freischalten, indem ihr einige Quests abschließt, um es mal ganz kurz zu fassen. Ab dem Start von Split 2 am 17. September könnt ihr den Premium Battle Pass dann wieder wie gewohnt mit 950 Apex Münzen freischalten. Zudem werdet ihr mit dem Battle Pass genügend Coins verdienen, um künftige Pässe wieder freizuschalten. Ihr macht sogar noch Plus, wenn ihr es immer bis ganz nach oben schafft. Die Battle Pass Optionen enthalten jetzt bessere Belohnungen und mit dem angepassten Battle Pass Herausforderungen wird es noch schneller gehen, alle Stufen zu erreichen. Das sollte auch klar sein. Und hier kommt nämlich die Hoffnung. Cheater, Spielstabilität und so weiter und so fort. Wir wissen, dass wir in Zukunft schneller, transparenter und konsistenter mit euch kommunizieren müssen. Eure Prioritäten sind auch unsere Prioritäten, hoffen wir, dass Respawn da auch Wort hält. Cheater, Spielstabilität und Spielerlebnisverbesserungen stehen an erster Stelle. Wir wissen, dass wir hier besser werden müssen. Es ist schön, dass sie es in den Mund nehmen. Im nächsten Schritt folgen mit Season 22 eine Reihe von Verbesserungen und Bugfixes für die Spielstabilität. Diese Änderungen werden in den Patch Notes am 5. August näher beleuchtet und am 6. August, den Dienstag, startet dann natürlich die neue Season. So sieht der neue Battle Pass aus inhaltlich. Wir gehen kurz durch. Das ist quasi ein Diagramm für eine Stufe, für einen Split. Also wir sind wieder dabei, Premium Battle Pass Split 1 und dann gibt es einen Premium Battle Pass Split 2. Du hast einmal den Kostenlosen und einmal den Premium. Jetzt können wir ihn dann doch wieder oder immer noch mit Apex Coins kaufen. Es gibt aber jetzt eine Ultimate Edition und eine Ultimate Plus 4. Hast du nicht gesehen Edition. Also für fettes Echtgeld. Aber du bist dann im Endeffekt bei der letzten Version trotzdem bei 40 Euro oder 40 US Dollar pro Season. Bist nicht gezwungen, kriegst aber einiges obendrauf, was eine coole Sache ist. Wir haben, ich lasse den Freien jetzt mal komplett außen vor. Wie gesagt, alles was ich euch hier sage ist wirklich pro Split, nicht pro Season. Also Premium ist jetzt wieder 950 Coins. Wir können den Premium theoretisch durch den Ultimate ersetzen und trotzdem Echtgeld von 10 Euro in die Hand nehmen. Bekommen trotzdem 92 Collectibles, Total Rewards. Wir haben zwar 60 Level, aber bekommen trotzdem 92 Sachen irgendwie obendrauf. Wir bekommen 1300 Coins. Das heißt, wir refinanzieren jedes Mal und machen trotzdem 350 Coins pro Split zusätzlich gut. Das heißt, 700 Coins pro Season können wir zusätzlich dazu verdienen noch obendrauf. Und haben trotzdem den neuen Battle Pass dann schon refinanziert. Und die 700 Euro hätte ich jetzt fast gesagt. Die 700 Coins bleiben dann noch übrig. Das ist eine coole Sache. Des Weiteren 1200 Crafting Metalle. Egal ob Premium oder den Ultimate. 14 Packs und 10 Exotic Shards. Wir bekommen aber zusätzlich, sollten wir doch mit Echtgeld agieren, bekommen wir zusätzlich 8 Packs. Nochmal 1200 Crafting Metalle hinzu. Ein legendäres, zwei epische, also das ist ein legendäres Pack. Zwei epische Packs und 5 blaue Packs. Also blau, lila und ein goldenes Pack. Und die Ultimate Nonplusultra, hast du nicht gesehen, Edition für immer noch 20 Euro. Das bleibt also gleich. Das muss man ja da nicht nehmen. Wir haben ja trotzdem den ganz normalen Standard Premium Battle Pass. So wie wir es die ganze Zeit kennen. Aber haust du doch noch Echtgeld obendrauf, bekommst du pro Split zusätzlich nochmal 3 Rewards obendrauf. Also 95, nicht 92. Die Coins bleiben gleich. Die Crafting Metalle bleiben gleich. Die Packs bleiben gleich. Wir bekommen aber pro Split 20, nicht 10 exotische Shards. Bekommen aber zusätzlich. Und das war hier der Punkt, wo ich so ein bisschen gerätselt habe. Na, lasst das doch mal bitte nicht die reaktiven Skins sein. Können es aber logischerweise gar nicht sein, weil wir bekommen pro Split einen reaktiven Skin. Und hier sind es ja zwei legendäre Skin Varianten in einem Battle Pass und nicht für die ganze Season. Das heißt, wir bekommen pro Season vier legendäre Skin Varianten. Und das alleine wird viele schon locken zu sagen, komm, habe ich Bock drauf. Ich zahle die Kohle. Dann bekommen wir auch hier nochmal 8 Packs. Jeweils ein legendäres, zwei epische und 5 seltene 1200 Crafting Metalle. Und nochmal 10 Battle Pass Stufen oben drauf. Das heißt, wir sind schon mal Stufe 10 und nicht Stufe 0. Bis Level 60 geht es dann nochmal ein bisschen schneller. Und wir haben zusätzlich bei der Ultimate Edition für alle, die nicht so viel zocken und nicht alle Legenden freigeschaltet haben, haben wir hier noch als Zusatz. Solange du den Battle Pass besitzt, kannst du alle Legenden spielen, egal ob freigeschaltet oder nicht. Ladies and Gentlemen, ich habe fertig. Das sind alle Änderungen. Das ist eine richtig, richtig geile Sache. Also es zeigt, wenn wirklich alle bei dem Protest mal so ein bisschen mitmachen, knallt das rein. Ich weiß, dass dann viele trotzdem sagen, ja, Cheater hier und Cheater da. Warum funktioniert das hier nicht? Oder überteuerte Skins. Das kann man nicht in einen Sack schmeißen, ist meine Meinung. Das ist schwierig. Verstehe ich Respawn tatsächlich ein bisschen. Aber ich verstehe auch die Community. Aber das ist ein guter Schritt. Und ein guter Beweis, dass unsere Stimme gehört wird. Es wird rückgängig gemacht. Es hat Erfolg gehabt. Das ist eine richtig geile Sache. Leute, vergesst nicht das Gewinnspiel um 5 Tickets für die Global Series. Schaut mein vorletztes Video. Wer noch gewinnen will, bis Sonntag geht die Verlosung. Da werde ich dann 5 Gewinner ziehen für die Global Series in Mannheim. Kombi-Ticket für alle 4 Tage. Anreise ist aber nicht mit drin. Hotel ist nicht mit drin. Ganz wichtig. Das möchte ich einfach nochmal erwähnen. Also Leute, das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.